In Paris kommen bei einem Wohnungsbrand mindestens 10 Menschen ums Leben. 33 Personen sind verletzt. Und das womöglich, weil eine Frau mit psychischen Problemen sich an Nachbarn riechen wollte. Die Polizei hat eine 40-jährige alte Bewohnerin des Hauses festgenommen. Ihr wird Brandstiftung mit Todesfolge vorgeworfen. Ein in dem Gebäude lebender Feuerwehrmann belastet die festgenommene Frau schwer. So hat der 22-Jährige der Zeitung Le Parisien gesagt, dass die Nachbarin sich offenbar an ihm und seiner Freundin riechen wollte, da sie sich über zu laute Musik beschwert hat. Kurze Zeit später legt die Frau vor seiner Tür im zweiten Stock des Gebäudes Feuer. Sie hat mir viel Glück gewünscht und gesagt, ich würde Flammen ja lieben, teilt der Feuerwehrmann mit. Die angetrunkene Frau wird auf der Straße vor dem Mehrfamilienhaus festgenommen, als sie ein Auto anzünden will. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft leidet die Frau unter psychischen Problemen. Insgesamt sind rund 200 Feuerwehrleute im 16. Pariser Stadtbezirk im Einsatz. Der Brand aus den oberen Geschossen des achtstöckigen Hauses aus den 1970er Jahren kann erst nach mehr als fünf Stunden gelöscht werden. Die Feuerwehr kann einige Menschen retten, die in Panik aufs Dach klettern. Auf Twitter dankt Frankreichs Präsident Emmanuel Macron den Einsatzkräften für ihren Mut und schreibt, Frankreich ist in Gedanken bei den Opfern. Es handelt sich um den verheerendsten Brand in Paris seit fast 14 Jahren. Im August 2005 kommen 17 Menschen in einem baufälligen Haus im Osten der Stadt ums Leben, darunter 14 Kinder. Mitte Jänner dieses Jahres sterben in Paris vier Menschen bei einer Gasexplosion in einem Gebäude unweit der alten Oper.